Was ist denn hier passiert, dass du gestorben bist? Ich, selber gesprengt. Er hat durch Zombies, ich wollte was aufstellen, dann ging die Sprengung los, weil ein Zombie dagegen geschlagen hat, aber dann hat es schon das Lack angefangen und ich komme dann mehr weg. Ich meine, ihr seid ja ein Sprengmeister hier, oder was, hä? Ach kacke. Ja. 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 Das war's für heute. Ähm, wie geh' ich Creative Modus rein? Kann ich denn fliegen? Nein, zum Fliegen musst du A drücken, damit hast du den erstmal nur aktiviert, mit der Leertaste fliegst du hoch und mit der Taste C fliegst du wieder runter. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Ich bin ja mitten im Nirgendwo. Wir machen nix, ne? Eigentlich. Weiß ich nicht, wo ich hin muss. Hier gibts nichts, wenn ich ne Karte ingame gleich. Oh, ich hab jetzt... äh, die Jacke los. Hab jetzt meine Samstag... ne, meine Sonntagsnachmittags ausge... äh, Klamotten angehört. Ich auch. Kurze Hose, weiße Schubel, weiße Jacke, dicke Sockenbrille. Weiße Socken und Zandalen vielleicht noch? Ne, weiße Socken hab ich nicht. Was für Schuss braucht die Pistole, oder? 1mm.